Junge, wie hat denn bitte Tobias letztes eingeparkt, Alter, mit dem Wagen? Junge, den parkt man rückwärts! Na, egal. Ich lass ihn stehen erstmal, also wird ja eh bestimmt schon bald wieder gebraucht. Achtung, Einsatz für den Kranwagen. Verkehrsunfall auf der Rennstrecke. Oh, ich bin nicht. Ich bin nicht gefahren. Eine geforderte Ewigkeit, bitte. So, hier vorne ist ein Unfall. Oh, der ist jetzt ein Unfall. So. Mein Fahrzeug ist einfach auf dem Kopf gelandet. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Da brauchen wir schon mal einen Krankenwagen. Da müssen wir erstmal in die Autos das machen. Wir müssen ihn wieder, wir müssen den irgendwie ziehen. Ja, fast, fast. Wir müssen irgendwie hochziehen. Wir müssen die Bögen wieder hochziehen. So, der erste wurde jetzt nach einer halben Ewigkeit gerettet. Wieso müssen wir noch um den anderen körpern? Wir müssen noch um den anderen körpern. Und dann... Dann kommen sie noch... Vielleicht komm doch noch der Rettungswagen. Dann würden wir nicht mehr... Vielleicht kommen doch... Vielleicht komm doch noch die Rettungswagen, die Redieser... Weil sie da nicht jeder fahren. Komm doch noch einen Rettungswagen, das ist das... Das sieht jetzt aus, das ist alles. Komm schon. Stell dich auf. Stell dich gut, stell dich auf. Lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn. Sieht gut aus. Sieht schon mal besser aus. Wohin? Ich muss nur noch mehr TV warten. Den kommt er schon. Der andere ist schon im Krankenhaus weg. Der ist schon im Krankenhaus. Nur noch der eine und nur noch der Busenfahrer muss noch ins Krankenhaus. Tolles Rennen. Bauen zwei auf einmal Unfälle. Sehr cool. Erstmal los, schnell ins Krankenhaus begeben. Was ein verrückter Einsatz. Ja, sagst du wohl, Landroth. Die Wagen noch mal richtig machen. Jetzt fangen wir wieder zurück zur Wache. Ich sage, wir fahren über die Autowagen-Getüme nach. Hoppla. So, jetzt sind wir eigentlich in der Autowagen. Jetzt können wir Gas geben. So, jetzt sind wir eigentlich in der Autowagen. Jetzt können wir Gas geben. So, jetzt sind wir noch einparken und fertig, Leute. Ja, dann haben wir wieder einen Einsatz abgeschlossen. ... Jetzt verankt ihr Shit. Vielen Dank.